Dieses Video wurde möglich gemacht durch die freundliche Unterstützung von Taschengelddieb. Verpasst nicht die spezielle Black Friday Aktion vom Taschengelddieb am 25. November, bei dem es jede Menge tolle Bundles gibt, inklusive einem von mir zusammengestellten Warhammer Underworlds Bundle. Hallo und herzlich willkommen bei Bier und Brezel Tabletop. Heute werfe ich mit euch einen genauen Blick auf Warhammer Underworlds Narlwood. Ja, ich hab's ja schon angekündigt, ich hab die neue Narlwood-Box bekommen für Warhammer Underworlds, was mich tatsächlich sehr, sehr freut, weil es ist viel zu lange her, dass ich hier auf dem Kanal was zu Warhammer Underworlds gemacht hab. Nach wie vor eines der besten Spiele von Games Workshop, meiner Meinung nach, und ein einfach ganz hervorragendes Spiel. Und es hat sich mit dieser Box tatsächlich recht viel geändert bei Warhammer Underworlds. Da werde ich auch ein bisschen genauer nachher drauf eingehen. Grundsätzlich natürlich erstmal, ich werde das mit euch auspacken. Wir gucken, was drin ist. Allerdings finde ich einfach dieses reine irgendwie aufmachen und gucken, wie die Gussrahmen aussehen, ein bisschen langweilig. Dementsprechend, nachdem wir das gemacht haben, spreche ich noch ein bisschen darüber, was sich regeltechnisch tatsächlich jetzt geändert hat mit Narlwood, was da die Auswirkungen vielleicht sind. Und ich werfe einen kleinen Blick mit euch auf die Decks und Banden, die da drin sind. Einfach mit so einer kleinen Zusammenfassung, wie die ungefähr funktionieren. Ohne arg viel Spielerfahrung, aber trotzdem vielleicht ganz spannend für euch. Aber wir fangen jetzt erstmal ganz klassisch an mit dem Unboxing, das ich für euch schon mal vorbereitet hab. Und zwar, die Box, wie sie von vorne und hinten aussieht, ist euch wahrscheinlich bekannt, wenn ihr schon mal eine Warhammer Underworlds-Box hattet. Es sind wieder jede Menge Sachen drin, zwei Banden, Spielfelder, Karten, Würfel, das ganze Zeug. Wie genau das aussieht, schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Das Regelbuch ist, muss ich sagen, glaube ich, ein bisschen dicker geworden. Also es ist schon eine Weile her, dass ich eine neue, aktuelle Box von Warhammer Underworlds anhatte. Aber ich hab wirklich das Gefühl, dass da ein bisschen mehr reingeflossen ist. Beim Lesen, man merkt auch, es wird immer präziser, es wird immer mehr darauf abgezielt, dass man wirklich ganz, ganz, ganz präzise die Regeln beschrieben hat. Es ist ein Glossar drin, was natürlich ganz wichtig und ganz wertvoll ist. Dann die Spielfelder selber finde ich tatsächlich sehr, sehr schick. Es sind wie immer zwei Spielfelder dabei, die man in unterschiedlicher Kombination aneinander anlegen kann. Die sind natürlich auch wieder kompatibel mit den Spielfeldern der letzten Edition und der letzten Boxen, sodass man quasi immer weiter seine Spielfeldsammlung erweitern kann. Dieses Mal, passend zu diesem Narlwood-Thema, was ja quasi so ein verwunschener oder tödlicher Chaoswald ist, sieht das Ganze ziemlich abgedreht aus. Es ist ein wirklich sehr, sagen wir mal, unruhiges Spielfeld. Das wird wahrscheinlich nicht jedem gefallen. Ich persönlich mag's, wie es ist. Es ist aber natürlich wirklich was, da muss man erst mal sich dran gewöhnen, dass da wirklich so wahnsinnig viel abgeht auf diesem Spielfeld. Wobei ich auch sagen muss, die wichtigen Sachen, eben Felder, die auf dem Spielfeld markiert sind, Startfelder und sowas, sind wie immer gut erkennbar, gut lesbar, genauso wie natürlich die Hexfelder gut voneinander zu unterscheiden sind. Ja, das ist einfach, aber es ist natürlich trotzdem schön, finde ich, wenn das Ganze visuell ein bisschen abwechslungsreicher wird. Dazu natürlich jede Menge Tokens wieder. Zusätzlich, ganz wichtig, ganz unten rechts seht ihr die gerade ganz kurz die Stagger-Tokens. Das ist ein neuer Statuseffekt, der dazu gekommen ist. Sage ich dann gleich nochmal was dazu, wenn es um die Regeln geht. Und ansonsten haben wir wieder Hazard-Felder. Das heißt, verschiedene Feature-Tokens nennen die sich auf Englisch. Ich habe die englische Box gekriegt, gibt es natürlich auch auf Deutsch. Aber das sind eben verschiedene Hexfelder, die auf dem Spielfeld platzieren werden können, inklusive natürlich auch den Missionsziel-Feldern, mit denen man punkten kann, wenn man die entsprechenden Ruhmes-Karten hat. Dann geht es natürlich direkt weiter zu den Miniaturen. Es ist wieder eine völlig brauchbare, wenn auch tatsächlich wenig nötige Anleitung dabei, weil die Figuren sind extrem leicht zusammenzubauen. Zeige ich euch gleich auch nochmal. Habe ich aufgenommen. Ich habe die auch gleich dann für euch zusammengebastelt. Die beiden Banden, die dabei sind, sind die Sons of Wellmore. Das sind die, die ihr hier gerade seht. Das ist eine Untoten-Bande. Wie die sich spielen, beziehungsweise wie die Regeln von denen aussehen, rede ich gleich nochmal drüber. Ähm, ist eine, finde ich, sehr, sehr schicke Bande, wie eigentlich alle Untoten-Banden bei Warhammer Underworlds, weil die eben dieses auch klassische Warhammer-Fantasy-mäßige Ästhetik haben, mit diesen klassischen mittelalterlichen. Die zweite Bande ist ein bisschen, ähm, gefällt mir ein bisschen weniger gut, finde ich aber nach dem Bauen doch tatsächlich auch ganz schick. Die, äh, Null Spirit Pack. Das sind so wilde Chaos-Barbaren. So ein bisschen vielleicht wie die Untamed Beasts bei, äh, Warcry. Also weniger klassisch Chaos, mehr klassisch barbarisch. Und, äh, ja, sag ich auch gleich nochmal was dazu. Würfel sind natürlich auch wieder dabei. Hier auch wieder in den passenden Farben. Für Nullwood, so ein bisschen mit diesem Braun und Grün und sowas, weil das natürlich alles in der Natur stattfindet. Und ganz, ganz, ganz wichtig natürlich, Decks sind auch dabei. Und zwar insgesamt vier Stück, weil nämlich, äh, Warhammer Underworlds jetzt so richtig in dieses, äh, Rivals-Format reingeht. Das gibt's ja schon seit einer Weile, dass tatsächlich bei jedem, bei jeder Bande, die man kaufen kann, immer schon direkt ein Rivals-Deck dabei ist, mit dem man diese Bande auch wirklich direkt spielen kann. Also das ist komplett in sich brauchbar und, äh, man muss da nichts irgendwie an Deckbau oder sowas machen. Finde ich nach wie vor eine sehr, sehr gute Entscheidung, dass es gemacht wird. Aber zusätzlich kommen jetzt eben noch allgemeine Rivals-Decks dazu. Das sind in diesem Fall, äh, neben eben den, äh, Fraktions-Decks einmal die Daring Delvers und Tooth & Claw. Da sag ich auch gleich nochmal was dazu, wie diese Decks funktionieren. Aber das Wichtige bei denen ist eben, dass die, äh, tatsächlich mit allen Banden, die bisher veröffentlicht worden sind, spielbar sind. Das heißt, die kann man einfach nehmen, man kann eine Bande nehmen, die man hat, für die man vielleicht schon ein anderes Deck hat, aber die man vielleicht auch mal ein bisschen anders spielen will und kann dann mit denen, äh, dieses Deck ausprobieren. Und, äh, der Rest ist, ja, wie ihr seht, relativ Standard wieder dabei mit den ganzen Karten, den Decks und allem eben, was dazu gehört. Bevor wir jetzt dann noch ein bisschen mehr in die Decks einsteigen, äh, gehe ich dann am besten direkt nochmal mit euch in das Thema der Miniaturen, weil das ist natürlich auch nicht ganz unwichtig. Und, äh, ich habe euch dann ein kleines Timelapse gemacht, wie ich die zusammengebaut habe. Ich hoffe, man erkennt ein bisschen was, weil es geht dann doch recht schnell, weil ich habe für beide Banden zusammen, vielleicht so 20, 25 Minuten gebraucht. Und, äh, eine ganz wichtige Sache bei denen, beziehungsweise, das ist vielleicht jetzt nicht für jeden relevant, ich fand es aber ganz nett, äh, die sind auch wie viele andere Warhammer Underworlds, oder, glaube ich, alle Warhammer Underworlds Banden, nagelt mich nicht drauf fest, aber die sind pushfit. Das heißt, da braucht man keinen Kleber für. Äh, ihr seht es hier, ich bin da gerade so, durch meinen Gundam-Fieber bin ich da ganz gut drin, ähm, und wollte das einfach mal ausprobieren. Normalerweise hätte ich die auch zusammengeklebt, einfach wegen Stabilitätsgründen. Aber ich wollte es jetzt einfach mal ausprobieren, wie die werden, wenn man sie einfach nur zusammensteckt. Und ich habe die dann auch wirklich einfach nur rausgeknipst, habe da so ein bisschen abge, abgekratzt hier und da, wo vielleicht noch Gussreste dran waren. Und habe den Kleber, den ihr hier unten rechts im Bild seht, nicht benutzt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, die halten ganz, ganz wunderbar, so, wenn man die so zusammensteckt. Also, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass denen die Stabilität fehlt. Ähm, da, wo sie zusammengesteckt werden, da, wo eben die Vertiefungen sind, die Löcher sind, wo man das Zeug reinschiebt, ähm, die, das, das hält einfach. Also, das ist wirklich passgenau, es ist hart Plastik. Dementsprechend ist da natürlich auch einiges an Präzision drin. Und, äh, die Bausätze sind dann auch wirklich so gemacht. Also, es gibt immer mal wieder so einzelne Teile, wie mal einen Kopf oder so, der nicht von alleine hält, aber der eben dadurch, dass die anderen Teile drumherum, ähm, so sehr ihn verschließen, dann trotzdem auch genauso festhält. Also, da ist jetzt nichts irgendwie wackelig oder, dass ich Angst hätte, dass es auseinanderfällt oder sowas. Also, im Prinzip, ich glaube, ich könnte und würde die jetzt einfach so lassen. Und, äh, ich glaube, ich, ich lasse ja zumindest, bis Farbe draufkommt, lasse ich die auf jeden Fall jetzt erstmal so, ähm, weil es letzten Endes eventuell auch die Möglichkeit gibt, äh, weil man hier und da vielleicht auch mal so ein bisschen verschachtelte Sachen hat, wie, wie mit diesen Untoten mit dem Schild und so. Äh, da ist man vielleicht ganz dankbar, wenn man das auch nochmal auseinandernehmen kann und vielleicht an bestimmte Stellen nochmal besser rankommt. Aber ich bin da auch nicht so der erfahrene Maler, dass das für mich so wahnsinnig relevant wäre. Aber ansonsten, also, gerade für Leute, die jetzt auch relativ frisch sind in diesem ganzen Thema, äh, mit dem Thema Miniaturenbau und so, ähm, finde ich das nach wie vor eine, eine ziemlich coole Sache. Vor allem, weil die Figuren trotzdem wirklich sehr, sehr gut aussehen. Also, ich habe schon gesagt, die, die Untoten, die gefallen mir wirklich gut. Ähm, ich mag einfach diese, diese, diese gotische Skelettkrieger-Optik total. Mochte ich auch schon bei den, äh, Grabwächtern. Denn, das war eine der ersten Banden, die für Shadespire rausgekommen ist damals. Und, äh, die fand ich auch schon damals toll. Und das ist auch wieder eine ganz tolle Untoten-Bande. Die Chaos-Barbaren finde ich auch. Also, es sind coole Miniaturen, definitiv. Haben Style. Ähm, passen tatsächlich ganz gut zu meinen Untamed Beasts. Ähm, persönlich bin ich einfach nicht so scharf auf diese, auf diese Chaos-Barbaren-Optik. Auch wenn es ganz nett ist. Ähm, ich glaube, wo sie dann tatsächlich wieder interessanter werden, ist in der eigentlichen Spielweise. Also, wie die, ah, abgebildet werden. Weil das sind nicht einfach nur stumpfe Barbaren, die, die ordentlich draufhauen. Sondern da ist natürlich regeltechnisch auch einiges so ein bisschen mit drin, was man beachten muss. Aber ansonsten, wie ihr seht, Figuren sind ganz toll. Der Zusammenbau ist wirklich denkbar einfach. Und, äh, ja, ob ihr jetzt festklebt oder nicht, das ist komplett euch überlassen. Meiner Meinung nach geht beides. Genau. Und dann sind wir schon quasi bei dem, für mich persönlich, eigentlich viel spannenderen Thema. Und zwar erst mal, was hat sich denn eigentlich jetzt geändert mit Narlwood? Weil, ich habe ja schon gesagt, das Regelbuch ist ein bisschen dicker, als ich das von früher gewohnt bin. Es kann aber natürlich gut sein, dass es schon länger so ist, weil eben die Formulierungen, äh, ein bisschen angepasst wurden. Und es ist auch im Regelbuch ein bisschen Lore drin, zu den beiden Banden und sowas. Da gehe ich jetzt nicht genauer drauf ein. Das könnt ihr euch da natürlich sehr gerne selber durchlesen. Aber es gibt im Prinzip, ähm, zwei, also es gibt ein paar Änderungen. Drei insgesamt, würde ich sagen. Zwei davon sind wirklich gravierende Änderungen. Die erste ist, äh, die Art und Weise, wie Bewegung funktioniert. Weil bisher war es immer so, dass wenn man einen Charakter bewegt hat in Warhammer Underworlds, dann konnte der sich danach nicht mehr bewegen. Punkt. Der konnte keine Bewegungsaktion mehr machen. Es gab hier und da mal Effekte, die den Modell mal umplatziert haben, teleportiert oder wie auch immer. Das hat dann nicht gezählt. Oder verschoben oder zurückgedrängt. Also diese ganzen Extra-Effekte haben nicht gezählt. Aber so eine richtige Bewegung ging nur einmal. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Modelle können sich jetzt mehrfach für Bewegungen aktivieren. Und das ist schon mal, finde ich, eine, eine ziemlich, also das hört sich so relativ easy an, aber das ändert schon sehr, sehr, sehr viel. Weil es einfach Banden gibt, ähm, die sehr langsam sind, zum Beispiel. Ich habe ganz gerne ja immer die, die Fire Slayer-Bande gespielt, auch in ein, zwei von meinen Spielberichten, die ihr euch gerne anschauen könnt, auch wenn sie nicht mehr aktuell sind damit jetzt von den Regeln her. Aber ich habe die immer ganz gern gespielt. Aber mit denen musste man sich eigentlich immer darauf committen, dass man mehr oder weniger defensiv spielen wird. Weil man einfach nicht schnell genug vom Fleck kommt, um wirklich, ja, was, was zu reißen, letzten Endes. Ähm, man kann immer noch nicht, nachdem man sich bewegt hat, dann noch eine Charge-Aktion machen, also eine Bewegung mit eingebauter Attacke. Und nachdem man gecharged ist, kann man auch keine Bewegung machen. Aber eben, dass man ein Modell mehrfach tatsächlich bewegen kann, das ist wirklich, das ändert, glaube ich, die Herangehensweise, die man mitnehmen kann an manche Banden. Bei manchen wird es vielleicht auch wiederum nicht so wahnsinnig spannend sein, gerade bei Banden, die sowieso schon sehr, sehr schnell sind. Wobei die dann natürlich auch potenziell noch schneller werden. Aber wie sich das jetzt wirklich spielerisch-taktisch auswirkt, das muss ich erst noch sehen in Aktion. Mal gucken, bei meinem nächsten Spiel, das schon nächste Woche stattfinden wird. Da bringe ich dann auch direkt einen Spielbericht, damit ihr das auch mal seht. Aber es ist schon, ähm, es ist schon eine mutige Änderung, sagen wir es mal so. Besonders, weil sich die Banden selber ja erst mal nicht ändern, die bisher existiert haben. Also es kann sein, dass da einiges auf den Kopf geworfen wird. Vielleicht auch nicht. Muss mal schauen. Die zweite Änderung ist tatsächlich, und das ist auch wieder so was, ähm, von dem meiner Meinung nach vor allem Banden profitieren, die sehr wenige Modelle haben, wie zum Beispiel viele der Stormcast-Banden, die dann irgendwie nur mit drei Modellen unterwegs sind. Aber auch meine Zwerge mit nur vier Modellen hatten das Problem ab und zu mal. Ist, äh, das bisher ja immer so war, dass wenn man mit einem Modell gecharged hat, also eine Angriffsaktion gemacht hat, Bewegung mit eingebauter Attacke, dann konnte man mit der nichts mehr machen. Nichts, die konnte in dieser Aktivierungsphase nicht mehr aktiviert werden. Jetzt ist es so, dass wenn alle Charaktere in der eigenen Bande einen Charge-Marker haben, das heißt, alle haben gecharged, dann darf noch, dann darf man ein Modell mit Charge-Marker wieder aktivieren, allerdings nicht für eine Bewegungsaktion und nicht für eine Superaktion. Superaktionen sind eben Charge-Aktionen, also Bewegung mit eingebauter Attacke zum Beispiel. Also alle Aktionen, die eben mehrere Aktionen zu einer kombinieren. Das ist jetzt vielleicht auch nicht so super interessant, wie gesagt, wenn man viele Modelle hat, weil es müssen dann auch tatsächlich alle Modelle Charge-Marker haben, also nicht nur alle Modelle aktiviert sein, sondern auch wirklich alle müssen gecharged sein. Das ist nicht immer der Fall, ganz einfach. Aber natürlich, wenn man eine Bande hat mit sehr wenigen Modellen, ist das vielleicht eher mal der Fall. Und natürlich greift es natürlich auch in der Situation, wenn man nur noch ein Modell auf dem Spielfeld hat. Und das macht schon einen Unterschied, wenn dieses Modell dann plötzlich tatsächlich noch was machen kann. Weil sonst war man tatsächlich öfters mal in der Situation, dass dann halt so ein Modell einfach dagestanden ist. Und entweder musste man wirklich einen Charge sehr, sehr weit hinaus zögern, weil man sonst eben mit dem nichts mehr machen konnte. oder man musste dann irgendwie auf andere Aktionen zurückgreifen, wie irgendwie eine neue Karte ziehen oder so, was jetzt auch nicht unbedingt sehr spannend ist. Und jetzt kann sich zumindest ein Modell, das gecharged ist, und wenn, wie gesagt, alle anderen Charge-Marker auch haben, oder das einzige Modell ist, das noch übrig ist, kann man dann tatsächlich noch vielleicht eine Attacke machen. Oder man kann noch in den Guard-Zustand gehen, damit man besser sich verteidigen kann und eben nicht mehr so leicht zurückgedrängt werden kann. Und, und, und. Also das ist tatsächlich auch so eine relativ kleine Änderung, die aber schon sehr starke Auswirkungen haben kann, je nachdem, welche Bande man spielt. Und ich finde beide Änderungen klingen tatsächlich sehr, sehr interessant. Wie gesagt, wie sie sich jetzt richtig konkret auswirken, muss ich erst sehen. Vielleicht habt ihr da auch schon Erfahrungen gemacht und könnt die auch gerne in den Kommentaren teilen. Aber ich mag grundsätzlich bei derartigen Spielen alles, was so ein bisschen in die Richtung geht, dass vielleicht noch ein bisschen dynamischere Sachen passieren auf dem Spielfeld. Weil es ist schon so, dass man natürlich, wie gesagt, je nachdem, welche Bande man spielt, oft so ein bisschen dazu gezwungen war bisher, sehr defensiv sich zu verhalten. Und das gibt und gab. Und denke ich mal, es gibt immer noch auch Decks und Strategien, die sehr, sehr darauf ausgerichtet sind, dass man sich mehr oder weniger in der eigenen Spielfeldhälfte oder im eigenen Territorium rumdrückt und nicht besonders viel macht. Also ich habe da auch ein, zwei Mal so Decks gespielt, wo ich dann auch gedacht habe, ja, okay, ja, die sind sehr effektiv, aber irgendwie kann ich dann auch alleine spielen, wenn es irgendwie immer nur darum geht, den Gegner möglichst fernzuhalten. Und das ist so jetzt natürlich deutlich schwerer, weil einfach der Gegner immer noch zusätzliche Bewegungsoptionen haben, genauso wie ich zusätzliche Bewegungsoptionen habe und sowas. Also eine sehr spannende Sache. Eine dritte Änderung gibt es dann auch noch, habe ich vorhin kurz bemerkt bei den Tokens. Es gibt noch einen zusätzlichen Zustand, das ist der Stagger-Zustand. Manche Waffen können das geben, manche Regeln haben da auch tatsächlich Interaktionen. Gerade eins der Decks, die wir hier dabei haben bei der Null-Word-Box, da kann man sich freiwillig selber den Stagger-Zustand geben. Und sorry übrigens nochmal, wenn ich jetzt die ganze Zeit die englischen Begriffe benutze, aber ich habe halt die englische Box bekommen. Mich persönlich steht das nicht. Entsprechend deutsche Übersetzung gibt es natürlich auch. Aber grundsätzlich ist es im Prinzip so ein Zustand, der A, einem die Möglichkeit gibt, den Guard-Zustand von einem Gegner aufzulösen. Das ist dann halt quasi, wenn der sich verteidigt und eine Attacke mit dem Stagger-Effekt trifft, dann löst sich der Guard-Zustand auf. Und allgemein ist es so, dass wenn ein Charakter staggered ist, dann kann ein Gegner, der dieses Modell attackiert, einen seiner Angriffswürfel neu werfen. Das heißt, der trifft dann womöglich ein bisschen besser. Das ist einfach der Zustand. Wie gesagt, manche Waffen machen das jetzt teilweise auf den kritischen Treffer oder allgemein. Das ist einfach so ein Zustand, der zusätzlich verteilt werden kann. Generell habe ich das Gefühl, dass die Regeln, so jetzt auch beim Durchlesen nochmal und so, auch jetzt, wo ich mir die Decks, auf die ich gleich zugehe, noch angeschaut habe, ich habe den Eindruck, dass das Spiel schon ein kleines Stückchen komplexer geworden ist, was so das reine Gameplay angeht. Also es gibt mehr Zustände, auch mehr Keywords, die quasi auch während dem Spiel verteilt werden, auf das dann wieder die Decks irgendwie zurückgreifen. Manche davon haben eigene Effekte, andere interagieren dann bloß mit anderen Karten und so was. Also dieser Effekt, den man auch bei anderen reinen Kartenspielen oft gerne mal sieht, dass immer mehr Elemente dazukommen, die das Ganze so ein bisschen schwieriger machen, so direkt zu überblicken. Das sehe ich hier auch so ein bisschen. Auf der anderen Seite ist aber gerade das Thema mit dem Deckbau deutlich entschlackt worden durch dieses Rivals-Format. Es gibt ja mehrere Formate jetzt, in denen man spielen kann. Rivals hatte ich schon erwähnt, da spielt man einfach mit vorgefertigten Decks, die man auch nicht verändern kann. Das ist ganz wichtig. Und das ist auch ein eigenes Format, in dem man zum Beispiel Turniere spielen kann. Und das für mich tatsächlich sehr, sehr attraktiv ist, weil ich eben nicht so der Deckbauer bin. Dann gibt es das Nemesis-Format. Das gibt eben einfach die Möglichkeit, Rivals-Decks zu nehmen und diese mit allgemeinen Karten so ein bisschen aufzumischen. Also da hat man dann eingeschränkte Deckbaumechaniken drin. Und dann gibt es noch das, ich glaube, es heißt Relic-Format. Das erlaubt quasi alles. Also da kann man dann einfach aus allen Karten, die bisher veröffentlicht worden sind, sich ein Deck bauen. Und da sind dann wirklich auch ein paar ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen sind wirklich alle Karten zugelassen. Während eben bei Nemesis nur eine sehr, sehr beschränkte Auswahl an allgemeinen Karten benutzt werden kann. Also man hat nach wie vor alle Möglichkeiten, je nachdem, wie man eben spielen möchte. Ich habe aber schon den Eindruck, dass gerade Nowwood als Box schon sehr, sehr stark darauf abzielt, dieses neue Rivals-Format so ein bisschen auch zu pushen, weil eben hier jetzt auch wirklich vier Rivals-Decks drin sind. Und eben jetzt erst mal, ich glaube, in den, ich glaube, es sind gar keine allgemeinen Karten jetzt in diesem Fall mit dabei. Wenn ich jetzt die Decks durchschaue, das sind alles die entweder fraktionsspezifischen oder Rival-Deck-spezifischen Karten, die hier drin sind. Ja, genau. Und wo wir dann auch schon von Decks sprechen, ich habe ja gesagt, da werfen wir dann auch noch einen Blick drauf. Und die habe ich euch natürlich dann auch entsprechend vorbereitet. Und wir fangen am besten einfach mal direkt an mit den fraktionsspezifischen oder bandenspezifischen Decks. Angefangen mit dem Null Spirit Pack. Wie gesagt, das sind so Barbaren, Chaos-Barbaren. Und so hintergrundtechnisch spielt es bei denen ein bisschen mit, dass die so ein bisschen verrückt sind und so ein bisschen von so einer Art wildem Geist besessen sind. Also die sind tatsächlich so unkontrollierbar geworden, dass sie selbst unter ihresgleichen nicht mehr erwünscht sind und verstoßen worden sind und jetzt eben alleine durch die Lande ziehen. Und das spiegelt sich bei denen auch mechanisch so ein bisschen wider. Die arbeiten nämlich mit sogenannten Spirit Tokens. Das sind einfach quasi so ein generischer Token, den man sich selber oder einer Miniatur geben kann, wenn sie aktiviert. Oder man kann sie entfernen. Das ist wichtig. Und je nachdem, ob jetzt ein Modell gerade so ein Spirit Token hat oder nicht, hat das unterschiedliche Effekte. Das unterscheidet sich auch von Kämpfer zu Kämpfer. Bei den meisten ist es so, dass sie irgendwie einen Stat-Bonus kriegen, wie zum Beispiel mehr Verteidigung. Aber gleichzeitig kriegt ein Modell dann, wenn es ein Spirit Token hat, den Bestien-Zustand oder gilt als Bestie. Was tatsächlich einige Auswirkungen hat, wie zum Beispiel, dass eine Bestie keine Ausrüstung tragen kann, also keine Upgrades. Das heißt, wenn so ein Modell jetzt gerade irgendwelche Upgrades an sich dran hat und einen Spirit Token bekommt und sich dann in eine Bestie verwandelt damit entsprechend, dann kannst du eben dieses Upgrade nicht mehr tragen. Dann wird dieses Upgrade zerstört. Genauso kann ein Modell, das eben diese Upgrades, diesen Spirit Token hat und als Bestie gilt, kann keine Missionsziele halten. Also diese klassischen Missionsziele. Das kann natürlich andere Missionsziele immer noch erfüllen und teilweise, beziehungsweise zu einem sehr großen Teil sogar, spielen dann auch wieder die Ruhmeskarten oder die Kraftkarten, die man hat, darauf an, dass man seine Modelle doch im bestien Zustand haben sollte beziehungsweise dass die einen Spirit Token haben sollten. Aber auf der anderen Seite werden Charaktere aus dieser Bande dann inspiriert, wenn man Spirit Token von ihnen entfernt. Das heißt, einerseits wird man dafür belohnt und auch von Stats her damit belohnt und mit Siegespunkten belohnt, wenn man eben Modelle hat, die Spirit Tokens haben. Andererseits muss man die auch immer mal wieder entfernen, um eben seine Charaktere in den inspirierten Zustand zu bekommen, wo sie dann natürlich wiederum auch stärker sind. Und die, soweit ich das bisher überblicken kann, die Missionsziele, Ruhmeskarten und sowas, wie gesagt, die interagieren natürlich sehr stark mit diesem Thema, mit den Spirit Tokens. Und da geht's auch so ein bisschen darum, dass die sehr aggressiv vorgehen sollen. Also da geht's viele, wo es darum geht, dass man Kills macht, weniger jetzt Missionsziele besetzen, weil, wie gesagt, das wär sowieso nicht wirklich so einfach, wenn die Charaktere alle als Bestien gelten. Aber zum Beispiel auch Feature Token, also eben diese Sachen, die man auf dem Spielfeld platzieren kann, Gelände, das man auf dem Spielfeld platzieren kann, wenn man die zerstört, gibt's zum Beispiel auch Siegespunkte dafür. Also die machen ganz schön Randale, passt aber natürlich, wenn die immer mal wieder so ein bisschen die Kontrolle über sich verlieren und sind eben sehr, sehr aggressiv gegnerisches Territorium übernehmen und so weiter ausgerichtet. Das zweite fraktionsspezifische Deck ist dann das von den Sons of Wellmorn. Das sind eben die Untoten. Und die sind thematisch auch so ein bisschen so ausgerichtet, dass es eine Familie ist. Also der Daddy Wellmorn, der König, das ist quasi der Vater dieser Familie. Und die anderen Kämpfer sind seine Söhne, inklusive einem unhehrlichen Sohn, der auch als einziger eben nicht als Graveguard, also diese Benennung Graveguard hat, mit der auch so ein paar, was ist Graveguard? Ja, mit der dann einige der Regeln interagieren, weil der so ein bisschen außen vor ist. Aber der ist tatsächlich sehr loyal zu seinem Vater und beschützt ihn auch. Und bei denen ist es tatsächlich so, dass die generell jetzt nicht superstarke Kämpfer sind, wie man das von so Skelettkriegern eigentlich kennt, sondern die basieren sehr stark darauf, dass A, diese Interaktion zwischen den Familienmitgliedern, also gerade wenn eben, es gibt ja gerade so zwei Brüder, die können zum Beispiel inspiriert werden, wenn, ne, da muss einer davon inspiriert werden, weil die immer so in Konkurrenz miteinander stehen am Ende von einer Runde und gleichzeitig bekommen die aber auch Inspiration, wenn sie einen kritischen Treffer landen. Und dann werden sie entsprechend auch stärker. Und, und das ist auch eine ganz interessante Sache, der König, also der Daddy Wellmorn, sorry, Daddy Wellmorn, der kann sich selber einen Kommando-Token geben. Das ist einfach bloß, wenn er quasi aktiviert hat, dann macht er das am Ende der Aktivierung. Oder es gibt auch eine Kraftkarte, mit der man das einfach so machen kann. Und solange er dann diesen Kommando-Token auf sich drauf hat, gelten alle anderen Modelle, die eben Graveguard sind, also alle seine Söhne, bis auf seinen unehelichen Sohn, als unterstützt im Kampf. Also die werden von ihm unterstützt. Wenn er rausgeschaltet wird, dann gilt diese Unterstützung natürlich nicht mehr, weil er nicht mehr auf dem Feld ist. Aber ansonsten ist es tatsächlich so, dass sie dann eben auf diesen Attackenwürfeln alle noch das Unterstützungssymbol, das einfache Unterstützungssymbol mitnutzen können. Was natürlich dann direkt die Effektivität der Kämpfer dann doch mal ordentlich boostet direkt. Und natürlich auch, finde ich, eine witzige kleine Mechanik ist, die so ein bisschen so diese Fürsorge und Beziehung zu seinen Söhnen irgendwie darstellt und dann tatsächlich seinen einen unehelichen Sohn irgendwie so ein bisschen rausnimmt. Also das finde ich tatsächlich bei Warmer Underworlds immer ganz nett, wie die mit so kleinen Mechaniken dann auch solche Sachen dann wiederum mit abbilden. Und die Kraftkarten selber sind dann relativ geradlinig, basierend auch vor allem auf aggressivem Vorgehen und dem Besiegen von Gegnern, Besiegen von gegnerischen Anführern. Und auch noch so ein paar, also die haben tatsächlich Ziele, wo sie einfach Missionsziele besetzen müssen, oft auch mehrere Missionsziele. Und die können auch mit einigen ihrer Kraftkarten, wie es für Untote üblich ist, auch wieder Kämpfer zurück aufs Feld bringen und kriegen dann zum Beispiel auch da dafür Siegespunkte, wenn man die passende Ruhmeskarte auf der Hand hat. Also auch hier nicht super kompliziert, aber man muss natürlich auch schauen, dass man eben gerade auch die Aktivierungsfolge gut bedenkt, dass zum Beispiel der König eigentlich immer als erstes aktivieren sollte, damit der eben sich selber wieder diesen Kommando-Token geben kann. Oder man nutzt dann halt entsprechend eine Kraftkarte, um das zu machen, wenn man die gerade auf der Hand hat. Genau. Und dann wird es tatsächlich aber auch so richtig spannend mit den allgemeinen Rival-Decks. Wie gesagt, das sind Decks, die man für jede x-beliebige Bande verwenden kann. Und das erste dieser Decks, die eben bei Now World mit drin sind, ist das Daring Delvers Deck. Und das ist, finde ich, also das hatte ich gar nicht erwartet, dass die so ausgefeilt sind, aber das ist tatsächlich ein sehr interessantes Deck. Ihr seht es vielleicht bei der Karte, die da oben angezeigt wird, dass dieses Deck an der Seite so Punkte eingezeichnet hat. Und das sind die Exploration-Punkte, weil bei diesem Deck geht es darum, dass man eben so eine Gruppe von Forschern quasi hat, die halt so Höhlen erforschen und Dungeons erforschen und so was. Und das wird damit auch so ein bisschen dargestellt. Und die interagieren sehr, sehr viel mit Elementen, die eben auf dem Spielfeld platziert sind. Und diese Karte selber wird eben dafür benutzt, um den aktuellen Exploration-Wert der Bande abzubilden. Und der steigt immer, wenn man bestimmte Sachen macht. Der steigt zum Beispiel, wenn man so ein Feature-Token, also so ein Geländestück während einer Runde auf dem Spielfeld platziert. Dafür gibt es dann auch entsprechende Kraftkarten, die man auch im Deck hat. Der steigt zum Beispiel, wenn ein eigener Kämpfer ein Feature-Token besetzt. Also wenn es am Ende der Aktivierungsphase, am Ende der Runde auf so einem Ding draufsteht. Dann steigt der Exploration-Wert. Und dann gibt es eben noch so Sachen wie, okay, man hat ein Modell, das das Explorer-Keyword hat. Das ist so ein eigenes Keyword von diesem Deck, das auch wiederum durch vor allem Kraftkarten vergeben werden kann oder durch Upgrades vergeben werden kann. Also viele der Upgrades, die hier in diesem Deck drin sind, geben dann dem Modell direkt noch dieses Explorer-Keyword, wodurch es dann wiederum mit dieser Explorer-Regel interagiert. Und wenn eben ein Gegner ein Feature-Token im eigenen Territorium besetzt, dann geht dieser Explorer-Wert auch wieder runter. Und der Explorer-Wert hat dann natürlich auch entsprechend Auswirkungen auf Ruhmiskarten, Kraftkarten und so weiter. Also im Prinzip möchte man gerne, dass dieser Wert möglichst hoch ist. Und das heißt natürlich auch, dass man möglichst auch aggressiv versuchen muss, solche Feature-Tokens zu platzieren und diese dann auch zu besetzen. Und das wird wiederum auch unterstützt durch die restlichen Karten, die man dabei hat. Also wie gesagt, die Kraftkarten, die Upgrades, geben eben oft den Explorer-Status, ermöglichen aber auch eben diese Feature-Tokens, die man dann auf dem Spielfeld hat, ein bisschen besser zu halten. Das ist ein wichtiger Punkt. Also da sind so ein paar Sachen dabei, die zum Beispiel verhindern, dass ein Modell verschoben wird. Also so klassisch so, wenn man Missionsziel besetzen will, braucht man solche Karten ja eigentlich auch, damit der Gegner eigentlich einfach wieder runterschubst vom Ziel. Und es sind sehr viele sogenannte Domain-Karten dabei, bei den Kraftkarten. Das sind Karten, die einfach das Spielfeld selber beeinflussen, die teilweise allgemeine Regeln haben oder teilweise dann auch wieder ermöglichen, weitere Feature-Tokens auf dem Spielfeld zu platzieren. Also da geht es wirklich durch und durch darum, das Spielfeld zu beeinflussen und das, was man da aber auch platziert hat, dann auch wiederum zu besetzen. Und man hat sogar einige Möglichkeiten, wie man zum Beispiel, es gibt ja auch gefährliche Feature-Tokens und es gibt dann auch wiederum Upgrades für diese Stack, wo man den eigenen Kämpfern die Möglichkeit geben kann, den Effekten von solchen gefährlichen Feature-Tokens zu widerstehen. Weil man die ja auch besetzen will. Also da merkt man schon durchaus, da ist, das ist eben um dieses Thema herum angeordnet und es ist wirklich alles so ein bisschen auf diese Feature-Tokens abgezielt. Klingt meiner Meinung nach sehr, sehr spannend. Keine Ahnung, wie leicht es ist, hiermit tatsächlich dann auch erfolgreich zu spielen, aber das muss ich dann einfach ausprobieren. Und das letzte Deck, das dabei ist, das ist das Tooth & Claw-Deck. Und das geht in eine ganz andere Richtung. Das hat auch wieder, wie auch das Daring Delvers Deck, so eine Plot-Karte, wo eben eine zusätzliche Sonderregel draufsteht. Und übrigens, also wenn man diese Karten, gerade diese Plot-Karte, die kann man durchaus auch benutzen, um andere Decks zu bauen. Man braucht dann aber halt entsprechend Karten aus diesem Deck. Und sie machen natürlich auch vor allem Sinn, wenn man so sein Deck da drum herum aufbaut und sowas eben hat, wie jetzt dieses Rivals Deck. Aber bei Tooth & Claw geht es tatsächlich darum, seine eigenen Kämpfer savage, also wild zu machen. Das ist auch wieder einfach erstmal ein, wie Explorer bei dem Daring Delvers Deck, ein Keyword, eine Kategorie, wo der Kämpfer dann reingehört. In diesem Fall wird das aber durch verschiedene Effekte ausgelöst. Zum Beispiel kann man sich entscheiden, wenn man einen Kämpfer aktiviert, ihn freiwillig staggered zu machen. Das ist dieser neue Effekt, der mit Nahwo dazugekommen ist, der eben dem Gegner ermöglicht, einen leichter zu treffen. Wenn man das macht, und allgemein, wenn ein Modell staggered ist, aus der eigenen Bande, dann wird das automatisch savage. Außerdem ist ein Modell savage, wenn es gecharged hat, also wenn es einfach eine Charge-Aktion durchgeführt hat, oder wenn es zwei oder mehr Wunden auf sich drauf hat. Also auch hier, wenn man das mit verschiedenen Decks benutzt, idealerweise benutzt man das vielleicht mit einem Deck mit ein bisschen ausdauernden Kämpfern, die nicht eben nach zwei Wunden gleich umfallen. Aber grundsätzlich ist es dann aber auch so, dass eben wieder die Kraftkarten und Upgrade-Karten, die man im Deck hat, mit diesem Savage-Zustand interagieren. Das heißt, Savage-Modelle kriegen dann auch wieder Stat-Boni, die gar nicht mal so schwach sind, aber natürlich immer mit diesem Nachteil einhergehen, dass entweder, wie gesagt, ein Modell es gecharged hat, ist ja dann eigentlich schon durch erst mal, und ein Modell, das staggered ist, hat natürlich immer den Nachteil, dass es leichter getroffen werden kann. Das ist so ein bisschen so Berserker-Rage, wenn man sich das so gut vorstellen kann. Also die Modelle sind oft offensiv deutlich stärker, aber gleichzeitig eben auch anfälliger für Attacken vom Gegner. Und es ist auch tatsächlich so, dass fast alle Rumiskarten, also alle Missionsrumispunkte generierenden Karten in dem Deck dann auch wirklich darauf abzielen, dass die Modelle, die punkten sollen, Savage sind. Also die sind dann oft dann nicht so superschwer erreichbar, aber es geht dann teilweise dann auch so um, es muss halt ein Modell, das Savage ist, muss einen Gegner töten. Ein Modell, das Savage ist, muss, oder zwei Modelle, die Savage sind, müssen im gegnerischen Territorium sein. Oder mehrere Modelle müssen gecharged haben. Und diese ganzen Sachen, also auch hier wieder extrem aggressiv, so wie eigentlich praktisch alle Karten in der einen oder anderen Form oder alle Decks, die in dieser Box drin sind. Also das ist sowieso was, dass ich festgestellt habe, also hier bei diesen Decks ist definitiv keines dabei, das so ein super defensives Deck ist. Das, was noch am ehesten als in Anführungszeichen defensiv bezeichnet werden könnte, ist eben das Daring Delver Stack. Aber selbst da geht es eben darum, dass man auch eben Ziele halten sollte und Feature-Token, die im gegnerischen Territorium sind. Das heißt, da kann man sich auch nicht einfach einbunkern mit seinen Feature-Tokens, die man sich da aufs Spielfeld beschworen hat, sondern man muss schon auch zum Gegner gehen. Da geht es dann weniger darum, dass man Gegner auch ausschalten muss, aber man muss trotzdem irgendwie zum Gegner kommen und hat dann eher ein paar Möglichkeiten, wie man verhindern kann, dass der Gegner einen direkt wieder runterboxt von seinen Zielen. Aber alles, bei allen geht es um Bewegung, bei allen geht es um, dass man chargen soll, dass man angreifen soll, dass man kämpfen soll, was eine gute Sache ist, glaube ich. Weil, wie gesagt, diese Bunker-Decks von früher, die waren effektiv, aber wirklich Spaß haben sie nie gemacht. Vielleicht ein, zwei Mal, wenn man selber gewonnen hat, aber dagegen zu spielen, war immer extrem frustrierend. Und Decks, die so ein bisschen darauf abzielen, den Gegner wirklich zu animieren, zu dir zu kommen oder mich zu animieren, zum Gegner zu gehen, führt letzten Endes zu spaßigeren Spielen. Und das ist auch so mein aktuelles Fazit zu den Ganzen. Dass ich nämlich sehr, sehr, sehr gespannt bin und so, muss sagen, milde gehypt bin, was da jetzt so weiterkommt. Weil ich hab mir, als ich mir diese Decks angeschaut hab, bei jedem Einzelnen gedacht so, oh, das ist ja eine coole Idee. Oh, das ist ja witzig. Oh, das ist ja eine coole Idee. Und oh, das ist ja gar nicht mal so einfach. Weil, wenn ich mir überlege, wie früher teilweise die Shadespire-Decks zum Beispiel waren, die allerersten Decks, die allerersten Banden auch, allein schon von den Banden Regeln, das waren einfach bloß ein paar Dudes, die halt irgendwie ein bisschen stärker oder ein bisschen schwächer zuhauen konnten. Und da waren dann mal so bei den Barbaren vielleicht, bei den Chaos-Barbaren, war dann halt eine Regel dabei, okay, die Inspiron, wenn so und so viele Modelle ausgeschaltet sind, egal, ob es Freunde oder Feinde sind. Oder die Inspiron, wenn sie einmal eine Attacke geblockt haben oder so. Oder wenn sie einmal ein Schild gewürfelt haben beim Blocken. Und das war's dann. Also das ist super, super gradlinig, super einfach. Da kam dann auch wieder vor allem durch die Karten natürlich viel rein. Aber jetzt, gerade mit diesen Rivals-Decks, die dann auch wirklich speziell gebaut sind für diese Banden und auch nicht dafür da sind, dass die überall eingesetzt werden können, sondern da sind Karten drin, die sind wirklich nur für die. Und die funktionieren nur mit denen. Und weil sie eben wiederum auf irgendwelche Keywords und so was zugreifen, die eben nur die erst mal haben. Das ist mehr in der Richtung, wie mir das Spaß macht, das Ganze. Und da habe ich, das triggert bei mir tatsächlich auch eher wieder so diesen Sammler-Trieb. Einfach, weil ich denke, okay, wenn ich jetzt diese Bande habe, da ist da auch wieder so ein cooles Deck dabei. Und vielleicht gucke ich mir ja auch mal ein paar von den einzelnen Rivals-Decks an, die es dann zu kaufen gibt. Wobei man da sagen muss, die sind ziemlich teuer, leider. Es gibt ja schon ein separates Rivals-Deck von der letzten Box, Never Maze. Das sieht interessant aus. Da geht es irgendwie um die Tiefen und so. Aber das kostet 22 Euro. Zumindest so direkt bei Games Workshop. Und das ist für so ein Kartendeck, das ist schon ziemlich heftig. Da kann man sich ja fast schon eine eigene Bande davon bauen. Also das ist ein bisschen schade. Aber ich bin trotzdem jetzt mit der Nullboot-Box und was da drin ist, sowohl was die Banden angeht, sowohl was die Änderungen in der Regel angeht, als auch die Decks, die da drin sind, bisher wirklich sehr angetan. Und ich bin auch sehr gespannt jetzt drauf, wie das Ganze dann in Aktion aussieht. Wie gesagt, ich werde nächste Woche spielen. Ich werde nicht mit den Banden spielen, weil die jetzt auch noch nicht angemalt sind. Aber wir werden natürlich nach den Nullboot-Regeln spielen. Und ich muss mal noch überlegen, eventuell spiele ich sogar eins von den allgemeinen, universellen Rivals-Decks. Weil das klingt schon spannend. Ich weiß nicht, was, also ich werde wahrscheinlich die Vampire spielen, den blutroten Hof. Und keine Ahnung, vielleicht wollt ihr ja auch mal sagen, soll ich eins von den beiden Decks spielen? Und wenn ja, welches? Also die Daring Delvers mit ganz viel Terrain-Manipulation oder die Tooth & Claw mit alle irgendwie sind noch verrückter und hauen noch heftiger zu und sterben aber schneller. Keine Ahnung. Schreibt es gerne mal in die Kommentare und schreibt natürlich auch sonst gerne in die Kommentare, wenn ihr noch irgendwelche Fragen oder Anmerkungen oder sowas zu dieser Box habt. Vielleicht habt ihr ja sie selber schon und eure eigenen Ideen auch zu den Regeln. Vielleicht habt ihr ja auch schon Erfahrung machen können, aktiv im Spiel. Dann freue ich mich da auch sehr darüber. Und ansonsten, ja, sehen wir uns dann nächste Woche bei der nächsten Hobbywoche. Und Ende der Woche kommt dann direkt der Spielbericht zu Warmer Underworld Narlwood mit ein paar anderen Banden. Und genau, ich habe es am Anfang schon genannt. Am 25., also am Black Friday, gibt es beim Taschengeld-Tieb eine Black Friday-Aktion wieder, wie letztes Jahr auch, wo es wieder diverse coole Bundles geben wird mit Rabatten und zusätzlichen Sachen, die dazu gepackt werden und sowas. Und davon konnte ich auch eins zusammenstellen. Ich habe mich, wie schon bereits erwähnt, für Warhammer Underworlds entschieden. Die finale Zusammenstellung ist noch nicht 100% entschieden. Sobald das so ist, gebe ich euch natürlich die Info durch. Aber es wird auf jeden Fall ein ziemlich geiles Bundle, bin ich mir ziemlich sicher. Und die anderen Bundles, die eben von anderen Content-Creatoren zusammengestellt werden, sind normalerweise auch wirklich richtig toll und lohnen sich definitiv, wenn man sich für die jeweiligen Spiele interessiert. Also auf jeden Fall im Blick behalten und am besten den Kalender schreiben oder sich einen Reminder setzen, weil die sind natürlich, wie das immer so ist, auch nur limitiert verfügbar. Gut. So, das war es jetzt erstmal von meiner Seite. Vielen Dank an den Taschengelddieb, dass er mir das hier kostenfrei zur Verfügung gestellt hat. Ich habe nichts dafür bezahlt. Meine Meinung ist natürlich trotzdem, wie immer, meine eigene. Und euch wünsche ich ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis dann.